Und in diesem Zusammenhang der Verfolgung muss ich einfach mal eine unpopuläre Meinung loswerden. Ja, ich meine, es wäre nicht meine Predigt, wenn ich nicht irgendwas Unpopuläres sagen würde, nicht wahr? In diesem Zusammenhang der Verfolgung mal eine unpopuläre Meinung zu Open Doors. Du hast bestimmt schon mal gehört von Open Doors. Das ist eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Klingt nach einem noblen Anliegen, ja, keine Frage. Und du hast vielleicht schon mal diesen Verfolgungsindex gesehen, Weltverfolgungsindex, wo du eben ablesen kannst auf der Karte, wo werden Christen am meisten verfolgt. Das ist eine sehr interessante Sache an und für sich. Aber lass mich dir was verraten. Open Doors ist eine Schande. Open Doors ist eine verdammte Schande. Diese Organisation kommt nicht dem Missionsbefehl nach. Kommt nicht der Aufgabe nach, der sie eigentlich nachgehen sollten. Siehst du, all diese verfolgten Christen in anderen Ländern, weißt du was die brauchen? Die meisten von ihnen brauchen das Evangelium, weil sie keine Christen sind. Ich meine, was wäre, wenn ich dir verraten würde, dass koptische Christen keine Christen sind? Dass sie in falsches Evangelium glauben. Was wäre, wenn ich dir verrate, dass Katholiken keine Christen sind? Was wäre, wenn ich dir verrate, dass Pfingster keine Christen sind? Sie werden verfolgt, ja. Aber rate mal was, wenn du zum Beispiel in einem islamischen Land bist, dann wirst du eben verfolgt, wenn du kein Moslem bist. Das hat nichts damit zu tun, dass du wirklich Christusdienst das Evangelium verkündigst. Dann rate mal was, die meisten Christen machen das nicht. Und wenn du nicht das Evangelium verkündigst, wenn du nicht ein gerechtes Leben nimmst, dann kannst du nicht sagen, dass du um Christi willen verfolgt wirst. Weißt du was, diese Leute, die meisten Christen brauchen, sie brauchen das Evangelium. Aber das ist, was Open Doors nicht macht. Sie verkündigen ihnen nicht das Evangelium. Open Doors ist eine Schande. Sie sollten sich darum kümmern, dass Menschen in den Himmel kommen, dass sie gerettet werden. Humanitäre Hilfe, schön und gut. Aber behauptet bitte nicht, dass das alles verfolgte Christen sind. Leider sind die meisten von ihnen keine Christen. Das ist schlimm, dass sie verfolgt werden. Aber ich meine, hier ist das Ding. Das Beste wäre, sie zu retten und ihnen zu zeigen, dass es eine Ehre ist, verfolgt zu werden. Wäre das nicht vielleicht die bessere Strategie?